Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen live aus dem Herzen von Halle im Bernstielzimmer. Herzlich Willkommen hier im Bernstielzimmer aus dem Herzen von Halle. Viele von euch fragen sich vielleicht, wer ist dieser attraktive junge Mann neben mir? Wir haben das schon geklärt, er ist tatsächlich etwas jünger als ich. Das ist unser erster Gast hier bei der Premiere des Bernstielzimmers, der sensationelle Kai Schmitz. Wer ihn nicht kennt, der hat echt was verpasst. Kai Schmitz ist eigentlich Eishockey-Legende in Halle. Was er genau macht, worüber wir heute reden werden, das kann ich euch nicht sagen, denn beim Bernstielzimmer gibt es einige Regeln. Und da das ja hier die Premiere ist, würde ich euch die einfach mal ganz kurz erklären. Es ist so, das Bernstielzimmer sendet immer live, 21 Uhr, und zwar aus dem Schad. Das ist eine Traditionsgaststätte mitten im Herzen von Halle. Und diese befindet sich direkt gegenüber vom Handyhaus. Wir haben das heute auch alles ein bisschen umgeflackt und plakatiert, so dass ihr das auch von außen erkennen könnt. Also wenn ihr aus Halle kommt, dann lauft mal vorbei. Ihr könnt, so wie jetzt einige Zuschauer, was ihr nicht sehen könnt, auch live zuschauen hinter den Glasfenstern. Die Sendung geht immer 45 Minuten. Sie ist live. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Kommentare schreiben, Fragen stellen. Einfach in die Kommentarspalte rein. Ich habe hier so einen kleinen Monitor, da werden dann Kai und ich drauf eingehen. Es gibt immer ein Oberthema oder Fragen. Die kenne ich aber nicht, weil das Wichtige am Bernstielzimmer ist, es soll möglichst spontan sein. Das heißt, mein Gast, in dem Sinne ist das Kai, der hat schon ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe auch ein paar Fragen dabei. Dann gibt es in der Mitte so ein paar, naja, haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet. Es gibt natürlich eure und ihre Zuschauerfragen. Und dann seht ihr vielleicht, hier oben gibt es so, naja, ich nenne das mal Gegenstände. Und diese Gegenstände, die sagen jeweils auch etwas über mich ganz persönlich aus. Zu jedem Gegenstand gibt es eine Geschichte. Und mein jeweiliger Gast darf sich dann diesen Gegenstand da oben aussuchen und ich erkläre den dann. Ja, ansonsten haben wir jetzt eine wichtige Regel vergessen. Und zwar, jeder Gast darf erst mal bestimmen, was ist sein Lieblingsgetränk. Und ihr merkt schon, ich habe hier eigentlich relativ wenig zu sagen. Es soll ja auch nicht um mich gehen, sondern um den Gast hauptsächlich. Kai, herzlich willkommen. Was trinken wir hier? Ja, das ist ein Gentonic. Ja, sehr gut. Es gibt ein Getränk, das mag ich nicht so sehr, aber da können wir jetzt erst mal anstoßen. Es ist auch kein Wasser. Kai, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Das ist so der Moment, der schlecht ist für die Zuschauer. Aber wir machen hier eine Late-Night-Show. Wir zensieren auch nicht und wir senden auch live. Also wenn irgendwas nicht klappt, dann schreibt es uns lieber hinterher. So Kai, willkommen im Bernstedtzimmer. Gefällt es dir dann? Wie ist die Temperatur? Naja, es ist ein bisschen warm, aber sehr schön. Sehr schön gemacht. Schöne Details hier und Glückwunsch dazu. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass es dir vielleicht zu kalt wird. Dann könnten wir ein bisschen was von dieser Vertäflung abmachen und hier noch einen nachlegen. Ja Kai, ich habe hier so coole Karten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie du gebrieft wurdest. Hier steht ja so einiges über dich drauf. Du bist Kölner. Richtig, ja. Ja, aber mittlerweile eigentlich so lange in Halle, dass du sagen könntest, du bist eigentlich richtiger Hallenser. Ja, Hallunke sagt man, glaube ich. Hallunke, Hallore oder Hallenser, wenn man dann hier geboren ist. Also Kai, ich habe hier so ein paar Sachen. Ich würde dir mal kurz über dich erzählen, damit man überhaupt erstmal weiß, wer du bist. Also Kai hat einen Spitznamen. Den würde ich aber vielleicht erst ein bisschen später erzählen. Du bist seit 2005 bei unserer Eishockey-Mannschaft hier bei den Saale Bulls mit einigen Unterbrechungen dazwischen. 2015 bist du endgültig zu den Saale Bulls gewechselt. Vorher warst du noch bei irgendeinem anderen Verein. Keine Ahnung. Insgesamt hast du 522 Partien auf dem Buckel und hast 50 Tore geschossen und in Summe sind das 249 Scorepunkte. Wusstest du das? So ungefähr, ja. Sehr gut. Ja, und dann steht hier noch, du avancierst über die Jahre zum Rekordkapitän des MEC, also des Mitteldeutschen Eishockey-Clubs. Also wir sagen dazu einfach die Saale Bulls und aktuell bist du sportlicher Leiter und auch in der letzten Saison noch ganz kurz Reservespieler gewesen, wenn ich das so richtig hinnehme. Letzte Saison war ja ein bisschen schwierig, Corona und so, aber es gab da auch so ein paar Eishockey-Zwischenfälle. habe ich in Erinnerung so Zahlen und sowas? Na ja, die Saison war grundsätzlich erstmal schwierig. Ohne Zuschauer war gewöhnungsbedürftig, in der leeren Halle zu spielen. Das war schon nicht ohne, aber ich glaube, am Ende war es tatsächlich die erfolgreichste Saison, die wir bis dahin so aufs Eis gebracht haben und waren am Ende sogar Dritter, aber dann hat uns ja leider auch Corona erwischt. Ja, irgendwie die ganze Mannschaft, oder so halb. Es war eine Woche vor den Playoffs, also der ungünstigste Zeitpunkt und dann waren es, glaube ich, auf einen Schlag direkt sechs, dann in der Quarantäne wurden es neun und am Ende waren es tatsächlich zwölf. Aber jetzt geht es dir wieder gut? Mir geht es gut, ja. Sehr gut, also geimpft und genesen, das bräuchte man auch getestet, aber alle, die jetzt hier hinter diesen wundersamen Monitoren sitzen, die sind auch geimpft, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Der eine oder andere Zuschauer stellt sich da vielleicht eine Frage. Wie gesagt, stellt Fragen, nutzt die Gelegenheit, wir gehen auf alles ein. Kai, jetzt ist es so, Bern steht Zimmer, wir wollen ja so ein bisschen lockerer sein, soll ja ein Format sein, was, ja, wenn der alle ist, gibt es neun, das kann ich dir schon mal versprechen. Du wurdest ja im Vorfeld gebrieft und ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Hast du denn, also, was ist denn dein Thema? Also, ich könnte Eishockey sein, oder? Naja, so richtig gebrieft wurde ich jetzt auch nicht, ja. Also, ich habe gesagt, wir machen das jetzt hier mal ganz locker aus der Hüfte. Grundsätzlich finde ich es ja auch interessant, mal, für die meisten Leute klingt das ja erstmal langweilig, ja, Politiker. Ich finde es durchaus interessant, weil du wirklich der Einzige bist, ich kenne jetzt ein paar mittlerweile, aber du bist so der, wo ich sage, du bist der modernste und bist jung geblieben und bist immer locker und deswegen, tatsächlich bist du durchaus der Interessanteste von allen. also, ich, ja, jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen schon fast wie ein Blind Date, oder? Also, vielleicht könnte man noch so eine romantische Melodie einspielen. Ja, tatsächlich ist Politik gar nicht so uninteressant, wie die meisten immer so vermuten, aber jetzt ist das Berufsgang, ich finde eigentlich das, was du machst, viel geiler. Weil, weißt du, was ich geil finde bei eurem Job? Nicht, dass du das jemals gemacht hättest, oder dass man dich dafür auch kennt, aber wenn es halt bei dir mal scheiße läuft, dann kannst du halt auch mal einen umschuppen und kannst doch mal, wird es ja mal ein bisschen körperlicher so auf dem Eis, oder? Ja, das soll durchaus mal vorkommen, aber ich halte da nichts von. Und danach hat man sich auch wieder lieb, oder? Meistens. Manchmal ja, manchmal nein. Kommt drauf an, mit wem man sich da so schubst. Wie in der Politik, oder? Naja, gut, wir dürfen uns nicht so oft schubsen. Ihr macht das mit Wörtern, aber... Naja, ja. Manchmal würde man auch gerne einschubsen, aber ist ja... Hat man sich denn danach, wenn die Kameras aussehen, wieder lieb? Ich glaube... Ja, also tatsächlich ist es so, es gibt viele Politiker, mit denen, oder Kollegen, mit denen streitet man sich irgendwie, ja, und dann denkst du so, boah, die können sich überhaupt nicht leiden und danach geht man noch mal ein Bier trinken. Ja, aber es gibt auch welche, wo du sagst, oh nee, jetzt war das so unter der Gürtellinie, lässt du bleiben. Aber es gibt hier so eine Sache, warte mal, ich habe hier so einen Zettel, da steht noch was über dich drauf, so zum Thema Rumrauferei. Also es wurde wohl mal irgendwann... Ach ja, hier habe ich es. Genau. Du hast eine besondere Eigenschaft, und zwar, du hast mal dazu beigetragen, dass der Trainer, der Saale Bulls, als du noch also richtig aktiver Spieler warst, hat er eine Art Phrasenschwein eingerichtet, für Strafen, sozusagen. Also immer wenn irgendwas schiefelaufen ist, auf dem Eis, und da musste man einzahlen. Und auf meinem Zettel steht, du warst derjenige, der dort am häufigsten eingezahlt hat. Ist das richtig? Ja, also wahrscheinlich, ja, es ist tatsächlich in jedem Jahr meistens so gewesen, dass ich der war. In jedem Jahr? Ja, eigentlich schon. Aber, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist auch nicht immer meine Schuld gewesen, aber manchmal waren es unglückliche Umstände. Nie, nie, nie. Aber, wir reden ja auch von der Vergangenheit. Also das ist, das hat sich in den letzten ein, zwei Jahren schon deutlich geändert. Ja, nicht so alt wie du, aber ich bin älter geworden. Naja, okay, wir wollen ja jetzt hier nicht, also ich kann, wir wollen ja nicht hier zu sehr ins Zuteil gehen. Ja, du bist keine Frau, siehst jetzt auch nicht ganz so eitel aus, aber trotzdem, wollen wir jetzt nicht über dein Alter sprechen, aber du hast, kannst du ruhig. Du hast eine, etwas verbindet dich mit der Familie Bernsteel. Oh, jetzt habe ich was raus hier unten. Erzähl. Ja, hast du eine Idee? Nee. Das könnte sein. Also aussehen ist es nicht. Kann sich schon beruhigen. Körper auch nicht, also zumindest nicht von meiner Seite. Du hast am gleichen Tag Geburtstag wie mein Vater. Oh, ja, unglaublich. Ich habe ja das Datum gelesen deines Geburtshauses und habe gedacht, das gibt es ja überhaupt nicht. Zwilling. Ja, richtig, richtig. Also insofern kannst du, das wirst du jetzt wahrscheinlich nie wieder vergessen in dem Zusammenhang. Ja, und mehr steht hier auf meinem Zettel auch nicht drauf. Ich könnte jetzt hier noch sagen, Spitzname Hooligan, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist glaube ich eine böswillige Unterstellung, also gibt es ja bei uns in der Politik auch manchmal. Also ich glaube, da gibt es keinerlei Verbindung. So, Kai Schmitz Hooligan, ein echter Fan. Achso, wir haben hier übrigens Regieanweisungen. Wenn ihr also eine Frage stellen wollt, dann sehe ich die hier. Jetzt muss ich die mal kurz lesen. Kai, steht hier irgendwas Sinnvolles, was wir wissen sollten? Nö. Kai, braucht man beim Eishockey Sport sportliche Auf- und Abstiege, um den Sport attraktiver zu machen? Ja, definitiv. Wofür spielst du denn sonst? Aber wenn du jetzt nicht aufsteigst, ist ja jetzt auch so eine Kritik. Ja, du brauchst, es geht ja darum, wenn ich das richtig verstehe, Auf- und Abstiege, ob es das generell überhaupt geben soll, richtig, wenn ich das richtig verstehe. Ich glaube, der hat gefragt, das ist nicht gerade hier im Raum. Wir spielen ja um den Aufstieg. Wir wollen ja unbedingt aufsteigen. Das ist ja das Ziel. Und wenn es den Aufstieg nicht geben würde, wofür würden wir dann spielen? Ja, deswegen. Und das ist unser Ziel. Und ich hoffe, dass wir da, wir kommen jedes Jahr immer näher ran. Ich hoffe, dass wir so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren das Ziel dann auch. Das war natürlich mega. Also ich baue den Druck ja quasi jetzt gerade wieder auf mich auf, weil ich das Team ja quasi zusammenstelle. Wie ist das denn so? Du bist ja jetzt gewechselt vom aktiven Spieler, oder sagen wir mal, du hast ja aufgehört, dann bist du ja wieder zurückgekommen und jetzt bist du auch noch sportlicher Leiter und jetzt hast du ja irgendwie auch das Team für die nächste Saison zusammengestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, die Konstellation ist natürlich eher suboptimal. Ich habe, wie du schon gesagt hast, ins Management den Wechsel schon vollzogen aufgrund von Corona und damit wir ein bisschen sparen können an Gehältern. Habe ich dann angeboten, nochmal zu spielen und quasi beide Positionen zu begleiten. Das Ganze zu einem Gehalt. Habe also auch auf einiges verzichtet. Habe ich aber gerne gemacht und die Saison lief dann tatsächlich für mich persönlich so gut, dass ich entschieden habe, noch ein Jahr, oder dass wir alle entschieden haben, noch ein Jahr, dass ich noch ein Jahr dran hänge als Spieler. Und du bist ja auch so richtig in Halle angekommen, oder? Ja, ich habe nicht mehr vor, aus Halle wegzugehen. Ja, richtig geil. Haben wir uns gleich mal gefangen. Und was ist dein Lieblingsort in Halle, oder gibt es da was, wo du sagst, da findest du, oder was, findest du am besten in Halle? Also ich kann dir ganz klar sagen, ich bin ein riesen Fan von der ganzen Stadt. Also immer, wenn ich Besuch bekomme aus Köln oder woher auch immer und mit den Jungs oder mit den Leuten dann hier durch die Stadt laufe, die sind alle begeistert. Die sagen, was für eine schöne Stadt. Und genauso ist es ja auch mit den neuen Spielern. Ich hole die Spieler ab und muss erst mal den Leuten Halle verkaufen. Wie fühlt man denn so einen Eishockeyspieler? Ich meine, die meisten, die den Sport nicht kennen, aber haben ja so ein Bild, so ein Eishockeyspieler ist ja immer schon ein harter Kerl. Also es ist jetzt nicht so wie... Das täuscht. Naja, die einen sagen so, die anderen anders. Aber so wie, was macht man so in so einer Einführungswoche mit so einem Eishockeyspieler? Ihr habt ja auch teilweise Leute aus Kanada, aus Tschechien, überall her. Ja, glücklicherweise kommen wir jetzt im August alle hier an und dann kannst du ja überall noch draußen sitzen, mal was essen gehen in der Stadt und so. Also auf dem Marktplatz mal ein Eis essen und so. Also wie gesagt, die Stadt, die musst du gar nicht groß erklären. Einfach eine Runde durch die Stadt laufen und da ist schon jeder begeistert. Und das ist das Problem aber. Wenn jemand Halle erstmal hört, dann denkt er so, was ist denn da, was willst du denn da? Die müssen es erstmal gesehen haben. Denn das ist echt eine wunderschöne Stadt. Also ich bin ein riesen Fan. Das stimmt. Also wer noch zuschaut, kommt mal vorbei. Erste Zuschauerfrage oder nächste Zuschauerfrage, Gerrit fragt, was muss nach der Wahl in Deutschland als erstes passieren? Eine Maßnahme nennen? Tja Kai, das ist eindeutig eine Frage an dich, oder? Nee. Ja, solche Fragen kriegt man natürlich häufiger. Lass mich eine Sekunde überlegen, was wenn ich, weil als erstes heißt ja als erstes, als erstes eine Maßnahme nennen. Eine Maßnahme nennen. Ja, die FDP-Minister vereidigen, würde ich jetzt sagen. Weil wenn wir für eine schwarz-gelbe Koalition kämpfen, dann wäre es natürlich geil, wenn es... Nee, das erste Maßnahme, was würde ich als erstes machen? Ich denke jetzt, ich bin zu gefangen jetzt, weil ich denke natürlich als erstes, wir müssen ja noch ein Gesetz verabschieden für die ganzen Flutopfer, die jetzt gerade in Rheinland-Pfalz und NRW jetzt gerade alles verloren haben. Dafür müssen wir wahrscheinlich nochmal an ein Gesetz ran. Das wird so mit das erste sein, was wir machen, aber vielleicht kriegen wir dieses Gesetz jetzt noch schneller hin. Wir haben ja nochmal eine Sitzung im Bundestag im September, wo es um Corona gehen wird. Vielleicht kriegt man das da schon mit rein. Ansonsten, wenn es für mich geht, dann würde ich als erstes ein Gesetz auf den Weg bringen, was unsere Verwaltung modernisiert. Deutschland ist einfach zu langsam. Wir müssen schneller werden. In jedem Bereich. Also das nervt einfach nur noch und ich glaube, die Corona-Pandemie hat gezeigt, wo unsere Lücken liegen im Bereich der Digitalisierung. Und wenn wir das jetzt mal irgendwie auf den Weg bringen würden, ansonsten müssen wir gucken, wo wir dann stehen. Ja, das ist eine ziemliche Sprubeantwort. Eine schwierige Frage. Passt doch so. Hast du eine leichtere Frage? Oder gibt es das, was steht da? Gieß mal, liest du doch mal. Was haben wir denn noch hier? Wie werden wir bei den Olympischen Sommerspielen in den Teamsportarten wieder besser? Die geht an dich, die Frage. Da steht offen eine Frage. Also grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, was ja viele nicht wissen, ich bin ja auch im SV Halle aktiv, ich weiß nicht, ob du das wusstest, und da hast du natürlich mit dem Thema Leistungssport nochmal einen ganz anderen Bezug. Wir stehen ja jetzt gar nicht so schlechter. Natürlich jetzt gestern in Wellbrock, ein wahnsinns Ding, Gold über die 10 Kilometer Distanz und unsere Einzelsportler sind eigentlich echt auch ziemlich gut, muss ich mal meinen. Mannschaftssport, ja weiß ich auch nicht, warum wir da so schlecht sind. Also so schlecht sind wir ja jetzt auch nicht, aber ich finde grundsätzlich müsste man beim Spitzensport, auch bei euch geht das gerade so, aber ich finde, die Bezahlung ist schon echt schlecht. Teilweise, also wenn du mal das vergleichst mit Fußball. Überall außer beim Fußball, ja. Ja, ja, genau. Bei euch ist noch so Mittel, so Semi, Semi, verdienst du, wenn ich das mal so Eishockey... Pass auf, es könnte sein, dass Daniel zuguckt, also der Präsident. Wir verdienen grundsätzlich immer zu wenig, aber ich sage mal, Eishockey in der ersten Liga, beim Eishockey verdienst du so wie beim Fußball irgendwo zwischen der zweiten und dritten. Okay, was zwischen der ersten und der dritten? Ne, zwischen der zweite, dritte Liga. Also eher dritte Liga. Das heißt? Dritte Liga Fußball ist quasi so wie beim Eishockey erste Liga. Ach krass, das heißt also, der HFC-Spieler verdient hier quasi mehr als so ein Saale-Bulls? So ungefähr gleich. Als ein Saale-Bulls-Spieler? Ja. Ja, wir sind ja nicht in der ersten Liga. Krass. Okay. Also ich möchte mich nicht beschweren, Saale-Bulls ist ein Verein, der sehr gut bezahlt und deswegen können wir auch immer wieder tolle Spiele hier hinlocken. Ja, ich glaube aber, das ist auch der Verein. Insgesamt muss man mal für die Saale-Bulls sprechen, was die so auf die Beine stellen für die Größe des Vereins. Also so groß ist der Verein ja nicht, ohne ihn jetzt klein zu machen. Aber so am Marketing, an Event, also jeder, der irgendwie noch nicht beim Eishockey-Spiel war, kann ich das nur empfehlen. Also für dritte Liga Eishockey ist das schon phänomenal. Absolut. Und dann haben wir ja hier HFC oder Saale-Bulls, wer ist der bessere Botschafter? Also beide. Jeder auf seine Art und Weise, oder? Also generell jeder Sportverein, finde ich. Die machen ja auch viel zusammen, ne? Ja, allzu viel machen wir jetzt nicht zusammen, aber ich finde, ich gehe ja generell auch gerne, ich gehe auch gerne zu den Lions oder zu den Wildcats. Ja, die darf man auch nicht vergessen. Also Frauenpower. Ja, also das gucke ich mir auch gerne an. Also grundsätzlich finde ich, dass jeder Sportverein gute Werbung für die Stadt macht. Alles ist ja generell auch so ein bisschen. Fußball ist halt Fußball. Kann halt jeder mitreden, ne? Ja, und jeder kann es spielen, irgendwie. Das ist ja irgendwie so eine persönliche Frage. Kai, was war deine schwerste Verletzung und wie bist du aus dem Tief wieder rausgekommen? Kann auch jetzt jemand sein, vielleicht sechste Klasse, erste Freundin, Herz gebrochen, ist ja auch eine Verletzung. Also das liegt jetzt an dir, wie du diese Frage beantworten möchtest. Nee, tatsächlich kann ich das ziemlich schnell beantworten. Das war 2018, als ich mir die Achillessehne gerissen habe. Hm. Die Geschichte hast du mal erzählt. Erzähl doch mal. Das hat auch ein Geräusch gemacht und so, ne? Ja, ich habe es sogar noch als Video. Kannst du da drüber reden? Ja, ich habe mich in dem Sommer komischerweise dazu entschlossen, sehr viel zu trainieren, was ich sonst in den Sommermonaten nie so gemacht habe. Und da habe ich ein bisschen zu viel trainiert und dann haben wir hier auf der Ziegelwiese hinten ein paar Sprints gemacht und da hat es auf einmal ganz laut geknallt. Ist das wirklich so? Also macht das wirklich so? Wie ist das Geräusch? Das ist wie, wenn du einmal mit der Peitsche so schlägst. Wirklich? Und ich dachte erst, ich bin irgendwie auf den Stock getreten oder so, ne? Und habe dann mich hingesetzt und habe dann dort hingefasst, wo die Achillessehne eigentlich ist. Und dann habe ich mal kurz ins Leere gegriffen und da wusste ich schon so, oh, das sieht nicht so gut aus. Und was denken Sie sich in dem Moment? Denkst du erst mal, scheiße, tut das jetzt weh? Darf ich gar nicht sagen, aber ich kann ja sagen, das Problem ist, eine Woche später stand der Urlaub an in Mallorca mit den Jungs. Mein erster Gedanke war tatsächlich so, oh, Malle wird knapp. Und dann habe ich nochmal reingegriffen und dachte, ja gut, Eishockey wahrscheinlich auch. Ja, das ist sehr menschlich. Also im Lernstielzimmer kann, wir sind ja hier unter uns. Ja, ja, das ist auch immer so. Da kann man ja wirklich auch mal über alles reden. Du wolltest dir ehrlichen Gedanken und wie lange hat es gedauert, dass es wieder weg war? Tatsächlich auf den Tag genau sechs Monate. Also ein halbes Jahr später stand ich wieder auf dem Eis. Konnte noch gar nicht richtig laufen, aber... Und jetzt ist er wieder fit. Ja. Halbwegs. Ja, also das Bein ist auf jeden Fall wieder gesund. Halbwegs. Das will man halt wirklich nicht erleben. Das ist eine geile Frage. Du hast jetzt Mallorca angesprochen. Ja, die letzte. Willst du mal vorlesen? Komm, mach mal. Wo man mich findet. Im Megapark oder im Bierkönig. Tatsächlich war ich vor zwei Wochen auf Mallorca. Gibt es die noch? Die sind noch zu, oder? Bierkönig hat offen, aber macht nicht viel Sinn. Das ist, glaube ich, ziemlich leer. Ne, ja, also das... Im Moment macht Mallorca gerne. Also ich bin Mallorca-Fan, aber es ist immer auf den Ballermann reduziert. Mallorca hat so viele schöne Ecken und ich bin wirklich jedes Jahr mindestens einmal da. Kennst du Alcudia? Ja. Ja, das ist geil da. Darf man das so sagen? Das ist ja auch meine Sendung. Also darf man ja alles sagen. Du darfst alles. Also Mallorca ist grundsätzlich wunderschön. Bierkönig und Megapark kann man sich auch mal so ein, zwei Tage geben. Aber das reicht dann auch. Könntest du Politiker sein? Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, bin ich zu impulsiv oder hätte mich zu wenig unter Kontrolle bei manchen Dingen. Aber ist das nicht genau der Punkt, dass viele Leute immer sagen, wir Politiker, wir reden zu viel und kommen nicht auf den Punkt und müssen doch mal sagen, was die Leute denken? Wäre ja eigentlich gut, oder? Ja, ich finde immer, das Problem ist ja, bei den Politikern, die das tatsächlich machen, die kriegen dann hintenrum wieder eine auf den Deckel. Also eigentlich sagen viele Politiker oder die, die es machen, sagen das, was die Leute denken, aber irgendwie, auf der anderen Seite darfst du es ja auch nicht mehr sagen. Du darfst ja nicht das aussprechen, was alle denken, weil du dann direkt, habe ich schon mal was von gehört, ja. Und deswegen wäre mir das eigentlich einfach zu anstrengend. Was bedeutet das? Ja, ich glaube, wir sind durch mit der Sendung. Nein. Wir haben was gesagt, was man nicht sagen darf. Zensur, Zensur. Ja, also gut, der Wecker hat geklingelt und zwar, ihr seht ja hier diesen wunderbaren Globus, also ich richte mich jetzt direkt an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Man könnte auch sagen Zuschauernde, aber Gendern ist nochmal so ein anderes Thema. Wir haben hier etwas Wunderbares drin. Noch kein Whisky, weil wir haben ja Gin Tonic. Den musst du mir geben, glaube ich, ne? Ja, dann seid ihr noch nicht so nervös, ey. Also, liebe Zuschauer, das ist der goldene Umschlag. Ihr habt das ja gesehen, wir halten das Bernstietzimmer so ein bisschen im 20er-Jahre-Style. Gestern hat mir jemand gesagt, das sieht aus wie eine Shisha-Bar, das habe ich einfach dezent überhört. Also, wer sich das hier anschaut. Damit das für euch ein bisschen aufgelockert ist, hier drin ist eine Aufgabe, die übergebe ich jetzt dem Kai. Ich kenne diese Aufgabe nicht und was auch immer diese Aufgabe ist, wir müssen sie jetzt lösen. Und Kai wird mir jetzt sagen, was das ist und dann müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Also, erst mal mit den ganzen Fragen, da kommen wir gleich wieder zu, oder? Ja, ja, wir haben ja noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie aufwendig die Aufgabe ist. Okay, ich sag's ja. Also, es ist eine sportliche Herausforderung. Das ist schlecht. Okay. Gut, deswegen, also, ich habe 60 Sekunden Zeit, hier mit einem Würfel eine 6 zu würfeln. Du? Ich. Okay. Für mich wird's nicht so sportlich. Ja. Du musst in der Zeit, in der ich Würfel, 30 Liegestütze machen. Quatsch. Das steht hier so. Wirklich? Bitte dabei laut mitzählen. Ja, wer zuerst sein Ziel erreicht, hat gewonnen, der Verlierer, trinkt einen Schnaps. Und wo ist der Schnaps? Den, da hinten. Also, das heißt, ich muss jetzt hier versuchen, 30 Liegestütze zu machen. Und ich, wenn ich in der Zeit aber schon eine 6 würfel, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich schneller bin, ich habe zufälligerweise den Würfel hier. Ah, als hättest du es gewusst. Also, okay, das stellt jetzt die Regie vor Herausforderungen. Das heißt, also, wenn ich 30 Liegestütze schaffe, das ist ja schon heute zum Mal. Schaffe ich das mit meinem Liko? Hast du schon mal 30 gemacht? Wer weiß. Auf jeden Fall weiß ich, dass derjenige, die die Aufgaben macht, beim nächsten Mal, ist gefeuert. Ja, ich bezahle die Leute so schlecht. Also, so hat er sich das jetzt so vorgestellt. Wahrscheinlich. Darf ich vorher in Position gehen? Ja, wer gibt denn hier einen Startschuss? Ja, wie ist es? da hinten. Haben wir 60 Sekunden? Du musst laut mitzählen, ja? Ich muss auch noch laut mitzählen? Ja. Das ist jetzt aber schon ganz schön speziell. Ist ja fast wie wir wetten das. Warte mal, geht das so? So, warte mal. Und die Sechs, du bist aber auch bescheißen. Nee, ich muss drei Sechsen würfeln. drei Sechsen insgesamt? Ja, okay. Schade, ich dachte, man kann das jetzt so durchfuschen. Und 60 Sekunden, bitte? 60 Sekunden, ich muss drei, ja okay, jetzt hier, pass auf, und los. Eins, drei, fünf, sechs, sieben, was? Ey, ich beschaffe das nicht. Zehn, fünf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, warte, siebzehn, achtzehn, wundzehn, zwanzig. Nein! Kannst du auch drehen. Ich würde da niemals lügen. Verdammt! Aber es waren 22. Ey, aber Respekt. Respekt. Ja, das musst du ja jetzt sagen. Ja, 22 hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Also, es gibt viele Leute, die mir... So, welches Glas war jetzt welches? Nee, ich brauche jetzt erst... Achso. Ja, da wir ja beide, ich glaube, das Leere ist meins, oder? Wahrscheinlich. So, wo fliegt jetzt der Schnaps ein? Also, ihr merkt, das ist eine Late-Night-Show. Ich weiß nicht, ob Johannes... Aber das Respekt trinke ich natürlich mit. Ob Johannes Kerner jemals sowas trinkt? Oh, zum Schad-Schnaps gibt's. Oh, was ist das? Schädling 2. Okay. Schädling 2. Also, nicht, dass man hier denkt, wir sind hier in der Kneipe. Doch, wir sind in der Kneipe. Also, insofern... Wieso eine 6, ey? Das hätte ein Pasch sein müssen. Beinahe gewonnen. Da gibt es auch eine gute Frage. Ja. Das dreht irgendwie durch hier. So. Kannst du mir den mal aufschrauben? Ne Quatsch, gib her, ich mach das. Bist du sicher? Ich wollte jetzt hier keine... Ach. Ich möchte ein Messer. Haben wir nicht. Okay, ich hab mir ein Nagel abgebrochen. Die Sendung ist vorbei. Der geht nicht auf. Ich dachte schon. Wer auch immer das vorbereitet hat. So, okay. Na ja, gut, dann machen wir erstmal die Frage, bis wir hier den Schnaps haben. Kann man noch bis 60, Politiker kann man noch bis 60 sein? Wie lange kann man Eishockey-Spieler auf hohem Niveau spielen? Dann beantworte du mal zuerst. Na, Politiker kannst du sein, bis du stirbst. Guck dir Joe Biden an. Ja, wäre schön. Also jetzt nicht, dass der bald stirbt, um Gottes Willen, ja. Sieht nur so aus. Das hast du gesagt. So, na ja, komm nochmal. So. Na dann, erstmal, ja, erstmal Prost. Die geht auf dich. Wenn das die Drogenbeauftragte der Bundesregierung sieht, dann kriege ich gleich wieder eins dran. So, ja. Also Politiker kannst du machen. Eishockey, je nachdem, wie du lebst, ja, wenn du für den Sport lebst und gesund lebst und dich professionell verhältst, dann kannst du auch schon mal bis 38, 39 spielen, aber dann ist auch schon das Limit erreicht. 39? Ja. Wenn du gesund lebst, also für mich kommt neun, neun, wenn du dein ganzes Leben nichts anderes gemacht hast, ist es schon schwer, den Absprung zu finden. Ja. Also, ich habe zwar jetzt die Perspektive und weiß, ich bleibe weiter im Verein und weiter in dem Sport, aber die aktive Karriere zu beenden ist nicht leicht. Das glaube ich. Ja. Und du hast ja auch eine echte Fanbase mittlerweile, ne? Gibt es da so irgendwie ein cooles Erlebnis oder irgendwie ein creepy Erlebnis? Du hast natürlich jetzt keinen Fan irgendwie dissen, aber gab es da mal was, wo du sagst, wuuuuh, oder das werde ich mal in Erinnerung verhalten? Ach, nichts, was meilt so. Also, gut, also, lügen kannst du nicht so gut. So, ich habe hier noch Gelder, irgendwas mit Gelder, was? Wie lange reichen die Gelder noch aus um den Sport von, ne? Ohne Zuschauer? Ah, ohne Zuschauer, Das ist eine gute Frage. Ja, also, letzte Saison, das war ja, das war ja eine absolute Ausnahmesaison und noch so eine Saison würde kein Verein hinkriegen. Also, das ist ganz klar. Wenn jetzt nochmal was schief geht und wir wieder ohne Zuschauer spielen müssten, dann wäre, glaube ich, aber auch nicht nur der Eissport kaputt. Jetzt hängt es vieles ab von den Corona-Regeln, da kann ich mal aus dem Nähkästchen klauen. Wir hatten ja vom Bund diese ganzen Corona-Hilfen gemacht und dann gab es auch eine Richtlinie für den Profisport. Das Problem war, beim Profisport war das Eishockey nicht mehr drin und Handball auch nicht und da bin ich dann mit meinem Kollegen aus Berlin sozusagen in den Ring gestiegen. Ich habe gesagt, das kann so nicht sein und bei Eishockey ist ja wieder das Problem, das heißt ja, Omerliga gibt ja nicht speziell die dritte Liga. Offiziell ist sie das, aber heißt halt nicht so. Und dann haben wir diese Richtlinie noch umverhandelt, sodass dann eben jetzt die Ticketverluste zumindest erstattet werden konnten. Aber das wird natürlich für diese Saison anders laufen. Also das heißt, wir müssen auf Zuschauer setzen und ich weiß ja nicht, jetzt muss man mal, ob man dieses schwere Thema Corona jetzt anschneidet, aber ich persönlich, ich glaube, wenn wir jetzt bei 60, 70 Prozent, also 60 Prozent sind wir ja schon bei der Erstimpfung und ich denke, wir sind im September dann auch locker bei den 60, 62 Prozent Zweitimpfung. Ich glaube, dann muss man auch sagen, jetzt reicht es mal. Ja, grundsätzlich, das Thema ist so. Es beitert die Bevölkerung ein bisschen, oder? Ja, also ich habe es ja wie gesagt selbst gehabt. Bis dato bin ich relativ locker damit umgegangen und habe gedacht, gut, wenn es dich erwischt, dann ist es halt so. Tatsächlich lag ich echt richtig dolle flach und habe gelitten. Hattest du schon mal so eine Erkältung? Ja, es gibt ja diese Männergrippe. Ja gut, dann wärst du ja jetzt nicht hier. Dann wärst du jetzt nicht hier, das muss man einfach sagen. Eine Männergrippe macht mir keinen Spaß. Um dir mal zu sagen, wie schlimm das war, es war schlimmer als eine Männergrippe. Ja, da war es so ungefähr, das war schon. Und dann ist man hinterher auch ein bisschen anders eingestellt, glaube ich. Ja, ich habe ja dann auch mein Lungenvolumen eingebüßt. Ich war dann irgendwie nur noch bei 85 Prozent, was jetzt wieder alles besser geworden ist. Aber dann hast du erst mal gemerkt, oh, ist alles doch nicht so cool und vielleicht sollte man doch ein bisschen besser aufpassen. Aber nichtsdestotrotz zieht sich das jetzt so lange hin und ich habe es jetzt auch einfach nur über. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwann mal einfach ins Abseits rutscht und wir uns wieder auf die coolen Sachen im Leben konzentrieren können. Also ich glaube, so geht es geben. Also es geht auch rund um die Politik. Und für uns ist es so eine ganz beschissene Situation gewesen, gerade für mich, weil du kannst nichts machen, du konntest den Leuten nicht helfen. Du hast gesagt, die Branchen waren so unterschiedlich betroffen und du hattest auf der einen Seite die, die haben ihre Angehörigen verloren und durften nicht ins Pflegeheim und du hattest dann Leute, deren Unternehmen sind flöten gegangen, es gab andere, die haben die Hilfen nicht rechtzeitig gekriegt. Es gab welche, die haben gesagt, lass den ganzen Scheiß, was soll das, es ist nur eine Grippe und du bist gerade in einem Pflegeheim gewesen oder an einem Pflegeheim, weil wir sind ja nicht reingegangen, wo Leute wirklich in einer Masse gestorben sind, wo die Leute gesagt haben, sie sind 40 Jahre dabei und die haben das noch nie erlebt, dass wirklich in so kurzer Zeit so viele Leute gestorben sind und danach gehst du zu einem völlig anderen Szenario und dann sagen sie, scheiß Corona, hat das alles ausgedacht und so. Gibt es alles gar nicht. Ja, ja, ja. Und dann sagst du dir, ey, du hast gerade gesehen, wie Leute gestorben sind und dazwischen irgendwo zu händeln, das ist schon echt krass, ne? Also ich sehe gerade, wir sind zu langsam im Gin Tonic trinken, aber ich wusste jetzt auch nichts von dem Schnaps und dem Liegestützen, also der Gin Tonic ist wahrscheinlich über meinen ganzen Körper verteilt. Wir sind auch schon fast am Ende, also wer jetzt irgendwie noch eine coole Frage hat oder einen Kommentar, der kann es versuchen, die Filterblase hier zu überwinden. Ansonsten, Kai, ich hatte das ja am Anfang gesagt, hier gibt es Gegenstände, verschiedene Gegenstände, also es sind sechs Stück, man kann glaube ich in den Kameras nicht alle erkennen. Du könntest dir jetzt mal einen aussuchen, den du besonders sexy findest. Ich hoffe, du nimmst nicht den, den ich vermute, dass du demnächst. Nee, das wäre ja langweilig. Das wäre langweilig, glaube ich. Tatsächlich, du kannst auch gerne mal gucken. Ich habe ja schon beim Reinkommen, ich schwanke, also das ist natürlich sehr interessant. Ja, das sieht keiner. Auf der anderen Seite, achso, die Pistole. Ja, da steht eine Pistole, eine besondere Pistole, aber wir wollen ja nicht vorgreifen, deswegen. Das ist sehr interessant, aber tatsächlich, soll ich dir das dann jetzt in die Hand drücken? Du kannst es auch mal anfassen, wenn du möchtest, ja. Damit die Leute das mal sehen, oder? Dann musst du es da so in die Kamera halten. Das interessiert mich, was du mit Batman zu tun hast. Zeig, zeig, zeig. Ich stelle es mal hier hin. Ja, aber wir können es ja mal so näher ranhalten, dann sieht man das mal. Das ist Batmobil. Das Geilste ist, das hat hier so, wie ist es denn? Das hat hier so coole Flammen. Ja, also die Idee dahinter ist ja, dass man mich auch so ein bisschen kennenlernt. Und, warte, ich muss ja noch mal etwas rauskommen. Du bist Batman. Ach, scheiße. Okay, also normalerweise schießt das jetzt. Also, was habe ich mit Batman am Hut? Zweierlei. Erstens ist es Lego und ich bin extremer Lego-Fan. Tatsächlich. Schon immer gewesen. Und ich habe als Kind auch immer so an Lego-Bauwettbewerben teilgenommen und habe dann immer übelst viel gebaut. Und als ich gefragt wurde, warum spielst du so gerne mit Lego, habe ich gesagt, also das Geile an Lego ist, du kannst es immer kaputt machen. Also Lego kann halt irgendwo dagegen fahren, dann geht es kaputt und ist halt irgendwie auch ultra kreativ. Ja, und dann finde ich natürlich an Batman geil. Wir teilen halt eine Leidenschaft. Gut, er ist Millionär, Milliardär, ich nicht. Ja, aber er mag halt irgendwie Autos und er kämpft halt für eine gerechte Sache und nimmt halt manchmal auch in Kauf, dass er nicht überall beliebt ist. Ja, und das ist so ein bisschen so, wie du das vorhin gesagt hast. Manche Wahrheiten muss man einfach mal aussprechen und dann kriegt man halt einen Shitstorm oder irgendwelche anderen Sachen und sagt sich dann, naja, ich will jetzt nicht sagen The Dark Knight, also geht hier gleich der Shitstorm los und ich habe auch kein Latexkostüm, mit dem ich in der Nacht losziehe. aber so ein bisschen so ein paar Parallelen und ja, und dann mag ich halt einfach auch Schwarz. Also Schwarz ist halt einfach auch geil, also von der Farbe so generell. Machst du erstmal nichts mit falsch. Ja, mit Schwarz macht man auch nie was verkehrt, das passt in verschiedensten Konstellationen. Bei der Anzugsfarbe, naja, da geht's so. Ja, und deswegen ist so der Hintergrund, deswegen haben wir hier dieses Batmobile hingestellt, das ist gleich rausgegriffen. Ja, ich hatte ja gedacht, du nimmst was anderes. Ja, ich wollte ja nicht wieder das. Und das ist so, Lego ist halt einfach ein geiles Spielzeug, Ich kaufe immer noch gerne Lego. Soll ich es wieder zurückstellen? Ja, solange du es nicht mit nach Hause nimmst, äh, sehr gerne. Ich bin nicht so der Lego-Fan. Echt nicht? Nee. Und was hast du gespielt früher? Tatsächlich, ähm, habe ich auf der Straße Hockey gespielt. Auf der Straße? In Köln? Ja, seit ich, äh, ja. Und seit ich, ähm, drei bin, spiele ich ja Eishockey. Seitdem du drei bist? Ja. Und da, ähm, habe ich dann die freie Zeit, wo wir nicht auf dem Eis standen, damit genutzt, äh, oder damit verbracht, ähm, in der Garageneinfahrt, ähm, auf der Straße quasi Hockey zu spielen. Hast du mal ein Auto getroffen oder was? Des öfteren, ja, aber es war, es war okay. Sehr gut, so. Frage, Kai ist Unterstützer bei Hauptsache Halle, äh, Christoph bei der CDU. Welche Gemeinsamkeiten habt ihr und was sind die Unterschiede? Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch ... Das sind doch sehr politische Fragen. Man könnte meinen, du sprichst mit einem Politiker, ja? Also, die Frage kommt, aus meiner Community, definitiv. Und dann ist da noch eine, Gemeinsamkeiten. Ich glaube, es geht um Halle, oder? Erstmal in erster Linie. Ja, in erster Linie, ja, denke ich schon, dass unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir, äh, beide nach Halle gezogen sind. Ja, ja. Und dass wir beide die Stadt einfach geil finden. Und, äh, die Stadt so ein bisschen auch promoten, würde ich sagen, ne? Waren wir nicht auch mal zusammen beim Wasserspringen? War das nicht zur gleichen Zeit sogar? Vielleicht kam die Frage ja auch aus der... Ja, wahrscheinlich, wenn der Andi jetzt ja gerade zuckt, ne? War das nicht zur selben Zeit sogar? War das nicht die gleiche Veranstaltung? Ich habe ja, ich bin ja tatsächlich zweimal mitgesprungen. ich bin mit, das war, wo ich mit Wolfgang Reiter noch gesprungen bin. da war ich auch dabei, ja. Das war so krass, ich habe ja so Höhenangst, ey. Also ich habe, boah, ey Mann, musst du da runter. So. Hier ist eine Frage für mich, oder? Christoph. Das musst du vorlesen. Was war dein verrücktes Erlebnis in Berlin? Hm? Verrückt? Verrückt, 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 verrückt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich im Nachtleben, oder? Ja, das kann ich jetzt hier nicht erzählen. Da sind wir wieder bei dem Schwarz, aber ne, ich glaube, meine Frau schaut auch zu, also wollen jetzt nicht übertreiben. Ne, ich glaube, das verrückteste, oder außergewöhnlichste, was ich mir erlebt habe, ist, was viele nicht wissen, wenn du einmal Bundespräsident bist, der Bundesrepublik Deutschland, dann bleibt dieser Titel bis zu deinem Lebensende. Das heißt, jetzt Joachim Gauck zum Beispiel, den würdest du immer noch ansprechen mit Herrn Bundespräsident, obwohl er es nicht mehr ist. Und jetzt ist es so, ich bin zu einer Abendveranstaltung unterwegs gewesen, das war glaube ich 2018, steigt bei mir im Büro in den Fahrstuhl ein und gucke auf mein Handy, wie das so oft so ist, spiele so rum und dann meinte irgendeiner, oh nee, jetzt ist das und das schon wieder passiert und ich nur so, oh ey, nicht schon wieder schlechte Nachrichten, reicht jetzt die Woche. Gucke nach oben, war es Christian Wulff, unser ehemaliger Bundespräsident. Ich so, krass, steht er mit mir da im Fahrstuhl und haben uns kurz unterhalten. Alles gut. Dann bin ich zu der eigentlichen Veranstaltung gefahren und da ging es um deutsche Einheit und Mauerfall und solche Dinge und da war auf einmal Joachim Gauck da. So ein Gespräch mit Joachim Gauck und ich dachte, krass, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du zwei Bundespräsidenten am gleichen Abend triffst, die auch noch leben. Und dann gibt es so eine Besonderheit, ich trinke halt sehr gerne Bier und das war so eine Weinveranstaltung und es gab überall Wein und alle hatten Wein und ich habe gesagt, gibt es dir denn kein Bier? Und ich habe selber auch mal gekellnert und dann habe ich gesagt zum Kellner, ey hier, ihr habt doch hundertprozentig Bier hinten bei euch, ja Hammer, sag ich, kannst du mir da nicht ein Glas oder so machen? Ja, ja klar. Und dann hatte ich zwei Bier mit meinem Gesprächspartner und dann kam noch einer und hat noch, oh, wo habt ihr denn das Bier her? Dann standen wir mal so eine Bierrunde, die einzige Bierrunde in so einer ganzen Weinrunde und auf einmal kommt Frank-Walter Steinmeier und fragt uns mit seinem ganzen Tross, ja, Presse, alles drumherum, ah, guten Abend, wo haben Sie denn das Bier her? Und wir so, naja, kein Problem, besorgen wir Ihnen auch eins und dann standen wir mit Frank-Walter Steinmeier und dann bin ich an dem Abend nach Hause und hab mir gedacht, ey, Kui, jetzt hast du hier drei, also ein Amtierenden und zwei noch lebende Bundespräsidenten in gleicher Reihenfolge am gleichen Abend getroffen und gesprochen. Da denkst du auch, also das ist wahrscheinlich so ein Nerd-Politiker-Ding, aber es war schon irgendwie cool. Ich fand cool. Ich dachte so, das war, naja. Also hier mal, abgesehen von den Fragen, die jetzt da stehen, was mich mal interessieren würde, wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Voll. Also, das musst du ja sagen. Nee, naja, sagen viele. Also eine der häufigsten Fragen, die mir tatsächlich gestellt wird, ist, warum es im Plenarsaal immer so leer, also da, wo wir sitzen, die sind ja alle so faul. Ich mache jetzt mal für Nicht-Corona-Zeiten, weil Corona hat bei allen alles durch den anderen gewürfelt. Wir haben pro Tag so zwischen 50 und 100 E-Mails, die erstmal eingehen und dann kann eine E-Mail sein der Bundeshaushalt oder eine E-Mail, hey, wie geht's dir heute oder Feedback. Dann kommt Post rein zwischen 50 und 70 Briefen jeden Tag und dann haben wir Sitzungen. Montags ist meistens Landesgruppe, das heißt, da treffen wir uns Sachsen-Anhalt, Dienstag ist Fraktionssitzung, die geht im Schnitt 5-6 Stunden plus AG-Sitzung der jeweiligen Ausschüsse, die geht in der Regel so 2 Stunden. Dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind Plenartage, das heißt, da finden Sitzungen im Bundestag statt. Dann gibt's natürlich die Abendtermine und zwischendurch, zwischen den Sitzungspausen, hast du verschiedene Gespräche und du gehst nur ins Plenum, wenn dein Thema dran ist, weil ansonsten hättest du gar keine Zeit, diese ganzen Gespräche zu führen. Und der große Unterschied zwischen Wahlkreis und Berlin ist, wenn du hier einen Termin mit mir machst, dann erwarten die Leute, die warten teilweise, ich will jetzt nicht so klugscheißer oder so sein, aber teilweise drei Monate, bis du mal zum Termin kommst, weil wir sind die Hälfte des Jahres in Berlin und die andere Hälfte sind wir hier im Wahlkreis. Und dann muss das irgendwie abtakten und man muss ja immer noch schlafen. Und dann erwarten die, dass du natürlich eine Stunde Zeit hast oder länger, wenn die so lange gewartet haben. Und in Berlin ist das so, die ganzen Nettigkeiten sind weg. Da ist nur so, hallo, alles klar, ja, alles klar. Netto Botschaft. Und dann geht es gleich auf den Punkt. Und dann schaffst du in Berlin manchmal pro Sitzungswoche tatsächlich zwischen 30 und 60 Terminen. Und jetzt überlegst du, 30, 60 Termine, klingt jetzt nicht so viel, aber dann hast du pro Termin ja immer zwei, drei Leute dabei, jeder bringt noch wen mit, die ganzen Namen. Dann hast du nach so einem Termin, hast du 180 neue Leute kennengelernt nach so einer Woche, plus dein normales Pensum. Und jetzt gehst du vielleicht noch auf eine Abendveranstaltung, wo du dann auch noch mal Leute kennenlernst. Du bist hier am Ende des Abends ist in deinem Kopf manchmal wirklich nur noch so Brei. Und du überlegst, krass, was war hier los? Und das kannst du nur organisieren, wenn du irgendwie ein gutes Team hast, die dir das alles abarbeiten. Und die meisten Leute, die bei mir ein Praktikum machen, da waren jetzt einige, die kommen an und sagen, so krass stressig und voll hätte ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Und das ist wirklich sehr eng getaktet. In den ersten Jahren war es so, da habe ich immer vergessen, Mittag zu essen. Da hat mir mein Team immer mal gesagt, ey, du musst jetzt mal hier was essen, damit du hier nicht umfällst. Könnte mir nicht passieren. Nee, da waren die nicht. Aber kannst ja gerne mal ein Praktikum, kommst du mal eine Woche vorbei. Corona ist ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen abgeschwächter. Nee, aber ist schon manchmal echt krass. Wie lange machst du das jetzt? Ich bin ja jetzt seit 2017 erst mal im Bundestag, also erste Legislatur und seit 2014 Stadtrat. Stadtrat ist anders, ist komplett anders. Ist viel näher. Also ich räume dir halt noch genauso gerne den umgefallenen Ast weg, der vor deinem Haus liegt. Wenn du mich anrufst, sagst, ey, Christoph, da ist so ein riesen Ast rundherum gekommen. Wen rufe ich denn da an? Dann sage ich dir, schick mir ein Foto, lass ich wegräumen. Mache ich genauso gerne, wie wenn du sagst, Scheiße, hier in unserem Rentensystem ist irgendwas total chaotisch. Dieses Gesetz musst du mal ändern. Und das ist so dieser Reiz an dem Job. Und Stadtrat, wie gesagt, seit 2014 und seitdem ich im Bundestag bin, hat sich der Job auch geändert im Stadtrat. Aber den Leuten ist es scheißegal. Die sagen, oh, wir sind ja da spät, gucken ja keine Kinder mehr zu. Rauspiepen können wir sowieso nicht. Die sagen dann, Bernstiel löst das Problem. Ist mir egal, wie. Die sagen auch nicht, das ist, finde ich, gut. Die sagen nicht, ob CDU oder nicht, sondern die sagen halt, das ist der Bernstiel, der macht das irgendwie und löst das. Und das finde ich eigentlich gut. Und dann ist die Ebene, das verschwimmt, weil die meisten können es nicht auseinanderhalten, ob jetzt Landtag, Bundestag, Stadtrat, Europaparlament, sondern die sagen, ich habe ein Problem und löse es irgendwie. Das versuchen wir mal zu machen. Kai, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Eine Frage, was ist das? Würdest du mal eine Trainingstunde mit Kai machen, inklusive Bodycheck von Kai? Bist du Arzt oder was? Oder was ist mit Bodycheck gemeint? Ich würde dich gerne mal untersuchen. Okay. Kai, ich wollte nur sagen, wir zeichnen uns übrigens auf. Nachdem du gesehen hast, wie ich Liegestütze mache, natürlich. Du brauchst auf jeden Fall eine ärztliche Untersuchung. Ja, ich dachte, du wolltest mich mal untersuchen. Also, das ist die Frage an dich. Also, du bist jederzeit herzlich gekommen, mal mit uns mit zu trainieren. Ey, ich muss das Stützschuhe anziehen. Wäre cool irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob du mich schon mal auf dem Eis gesehen hast. Du kriegst eine komplette Ausrüstung. Wenn ich auf, also ich mache das, aber ich muss dazu sagen, wenn ich bei euch auf der Eisfläche bin, ich habe diesen Pinguin. du brauchst einen Schläger. Ja, ich meine, ich habe diesen Pinguin, damit ich überhaupt laufen kann. Ja, du kriegst einen Schläger, da kannst du dich abschützen. Das machen viele aus der Mannschaft. Wer macht dann den Bodycheck mit mir? Oder was? Dann bin ich da, also, können wir das nach der Wahl machen? Also, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Zähne? Nee. Nee, das ist nicht das Schlimmste? Da passiert eine gehirnische Drogen. Ach, na, aber nee, ich denke, eine Zähne ist doch schlimmer, oder? Das passiert nicht. Die steckt man da rein, oder? Das ist auch so eine Erfahrung. Das machen die mittlerweile ganz gut. Wirklich, ja? Krass, und wie viele Zähne im Anschluss? Nee, einer nur. Einer nur. Zum Glück, okay. Nee, also, du bist herzlich eingeladen, mal mit uns mitzutrainieren. Ja, mache ich. Hast du jetzt Ja gesagt? Ich mache das, ja. Ja gut, ist ja aufgezeichnet. Ich gebe dir hier, ah, doch war das ja. Ja, das ist eh zu spät, nachdem wir die Gin Tonics schon rauskamen. Vielleicht kann das ja jemand, der Zuschauer mal rausfinden, noch ein Schluck. Wird es ja hergeben. Ach du Scheiße, ey. Okay, gut. Naja, wir machen das aber nach der Wahl, Also, wenn ich dann noch lebe. besser ist das. Genau. So, jetzt muss ich mal jemand hier, ja, mach du mal. Du bist ja mein Gast. Dankeschön. Ansonsten, bevor das hier vorbei ist, möchte ich mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die zugeschaut haben. Alle die, die sich diesen Stream im Nachhinein anschauen, wir laden ihn auf Insta und auf YouTube hoch, die lade ich natürlich ein, beim nächsten Mal dabei zu sein, vielleicht im Vorwalt schon mal zu überlegen. Da heute Premiere war, wir werden das auch nicht immer so geheimnis-cremorisch machen, mit dem Kai. Jetzt wird hier gerade, wir brauchen hier noch eine Kamera, wir bräuchten noch eine Kamera, die so rein strahlt, damit wir mal sehen, was ja, eben ist ja jemand, nackt vorbeigelaufen, ungelogen, ja, und scheiß, also, ich habe es nicht richtig, ich habe nur die Schäben gesehen, also insofern, ja, Kai, vielen herzlichen Dank, auf jeden Fall an dich. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, ich finde es mega geil, dass du das überhaupt gemacht hast, ich hoffe, es war für die Zuschauer auch halbwegs irgendwie interessant, und sie haben vielleicht noch was Neues gehört. Ja, und ich nehme mir was Gutes mit, du trainierst auf jeden Fall nach der Wahl, einmal bei uns mit. Nimmst du mich mit? Okay, alles klar. Scheiße. Also, vielen herzlichen Dank an euch, an Sie, dass ihr zugeschaut habt, das war die erste Folge vom Bernstilzimmer, mir hat es großen Spaß gemacht, Kai, wir trinken jetzt noch in Ruhe unseren Gin Tonic aus, und würden uns an dieser Stelle, willst du noch was sagen? Willst du noch deine Gutes rüsten? Nee, passt alles, ich bin wunschlos glücklich. Alles klar, so muss es sein. Also, dann, vielen herzlichen Dank, und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Das war das Bernstilzimmer. Alle Folgen jetzt zum nächsten Mal, nachschauen auf Christoph Bernstilz Facebook und Instagram-Seite, sowie auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020